Heute bei den virtuellen Welten. Schwarmfinanzierte Abenteuer, Fan-Abenteuer und Do-It-Yourself-Abenteuer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der virtuellen Welten. Und als allererstes muss ich ein bisschen Entwarnung geben. Im Überwachungsskandal hat sich nämlich Licht am Ende des Tunnels gezeigt. Barack Obama hat nämlich versprochen, das Handy von Angela Merkel nicht mehr abzuhören. Ja, großartig. Wobei auf der anderen Seite, da ja jeder potenzielle Gesprächspartner von Angela Merkel abgehört wird, ob diese Maßnahme so viel bringt? Naja, die Argumente bei einem Thema Überwachung sind ja zum Teil echt abenteuerlich. Und mit dieser grandiosen Überleitung kommen wir auch direkt zum Schwerpunktthema der heutigen Ausgabe, nämlich den Abenteuerspielen oder meistens bekannt unter dem Namen Adventures. Die Adventures sind eine der ältesten Spielegattungen. Angefangen hat es mit Text-Adventures wie dem Very Big Cave Adventure und der Zorg-Reihe schon in den 70er Jahren. Von den Text-Adventuren ging es dann in den 80ern zu den Grafik-Adventures. Und eine Zeit lang waren Grafik-Adventures wirklich eines der angesagtesten Genres überhaupt. Nicht zu vergessen solche Klassiker wie The Secret of Monkey Island, die wirklich sehr große Anerkennung in der Spielewelt gefunden haben. Ende der 90er, insbesondere mit dem Aufkommen von 3D-Grafik, ging das leider ein bisschen zurück. Und das letzte Adventure, was die bekannte Spiele-Schmiede LucasArts rausgebracht hat, war dann die Flucht von Monkey Island mit einer 3D-Engine, war von der Steuerung her ein bisschen merkwürdig und auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Es sollte dann 2004 nochmal ein neues Sam & Max-Spiel geben als Adventure. Das wurde dann aber vor dem Hintergrund der Marktrealitäten eingestellt. Ja, in der Spielebranche, also bei den Spielern selber ist das überhaupt nicht gut angekommen. Aber Adventures verkaufen sich halt nun mal nicht so gut, wie das irgendwie Call of Duty oder irgendwelche anderen großen 3D-Spiele tun. In den USA waren Adventures dann lange Zeit quasi tot. Aber in Europa sah das anders aus, denn obwohl die große Zeit der Adventures seit Ende der 90er ja eigentlich vorbei ist, vielleicht, sind in Europa jede Menge coole Adventures erschienen. Ein Beispiel, was Anfang der 2000er erschienen, ist Runaway. Da gab es inzwischen mehrere Fortsetzungen oder auch eine bekannte britische Serie ist fortgesetzt worden. In Simon the Sorcerer zum Beispiel gab es zwei Fortsetzungen nach dem misslungenen dritten 3D-Teil, über den wir hier nicht weiter reden wollen. Und auch das eingestellte Sam & Max ist quasi dann doch noch erschienen. Zwar nicht genau so, aber auch in den USA gibt es nach wie vor Adventure-Fans und die Firma Telltale Games hat damals dann die Rechte an Sam & Max erworben. Hervorgegangen ist die Firma aus ehemaligen LucasArts-Mitarbeitern und die haben quasi das Spiel Sam & Max, an dem sie gearbeitet hatten, dann zumindest so ein ähnliches Spiel, einfach neu geschrieben, unter Telltale Games und veröffentlicht und war auch ein relativ großer Erfolg, also für Adventures zumindest. Trotzdem sah es lange Zeit so aus, als wäre das eine Randerscheinung und im Jahr 2012 ist dann was ganz Interessantes passiert. Dazu muss man noch mal ein bisschen ausholen. Es gibt in der Adventure-Szene, in der klassischen Adventure-Szene, es gab eigentlich zwei große Firmen, nämlich LucasArts oder früher Lucasfilm Games und Sierra und die Adventures von LucasArts haben zwei Leute schwerpunktmäßig geprägt. Zum einen war das Ron Gilbert, der hat zum Beispiel The Secret of Monkey Island gemacht oder Maniac Mansion ist auch von dem. Und der andere ist Tim Schafer. Tim Schafer, das erste Adventure, an dem er beteiligt war, war Indiana Jones and the Last Crusade. Gut, da hat er nur getestet. Bei Monkey Island hat er dann aber auch schon mit dran geschrieben. Er war dann einer der Projektleiter und Schwerpunktschreiber von Day of the Tentacle. Ein, wie ich finde, sehr großartiges Zeitreise-Adventure und der Nachfolger des ersten LucasArts-Adventures, Maniac Mansion. Und Ende der 90er erschien dann von ihm das vorletzte LucasArts-Adventure, Grim Fandango. Also direkt vor Monkey Island 4 oder Flucht von Monkey Island. Grim Fandango ist von der Story her erzählt. Das ist eine sehr großartige Story. Die Steuerung war allerdings sehr anders als die Spiele davor und hat viele Leute irritiert. Und auch die 3D-Grafik damals, also es waren Teile in 3D, war noch nicht so weit und so war es nicht mehr so der Erfolg. Und die ganze Branche hat sich in eine andere Richtung entwickelt. John Gilbert hat schon früher LucasArts verlassen und Tim Schäfer dann auch und hat eine eigene Firma gegründet, Double Fine. Und von Double Fine sind viele coole Spiele erschienen, die auch Adventure-Elemente hatten, aber eben kein klassisches Grafik-Adventure, so wie man das von früher her kannte. Bis Anfang 2002 dann Tim Schäfer auf die Idee gekommen ist, eine Kickstarter-Kampagne zu machen. Und das war eine der erfolgreichsten Kickstarter-Kampagnen, die es bis dato gegeben hatte. Auch im Vergleich zu heute immer noch eine sehr erfolgreiche Kampagne. Er hat nämlich 3,3 Millionen Euro gesammelt, oder 3,3 Millionen Dollar waren es, um ein neues, klassisches Grafik-Adventure zu machen. Und dazu wird noch eine sehr coole Dokumentation von Two-Player Productions erstellt. Die Hintergründe gibt zu, wie entsteht denn eigentlich so ein Spiel. Ein bisschen Problem daran war, ursprünglich gerechnet hatte er mit einem Zehntel der Summe, also 300.000 Euro. Und wollte eigentlich nur so ein kleines Spielchen machen. Als dann so viel Geld zusammenkam, hat er dann aber gedacht, na jetzt machen wir es richtig. Hat sich dabei so ein klein bisschen verkalkuliert in Zeit und Budgetbedarf. Der Scope wurde ein bisschen groß. Und, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat dann etwas länger gedauert. Aber das Double Fine Adventure ist jetzt, zumindest der erste Teil davon, tatsächlich Ende Januar erschienen, unter dem Namen Broken Age. Ja, also das ist der Akt 1. Und in ein paar Monaten soll dann der zweite Akt mit dem zweiten Teil der Geschichte erscheinen. Broken Age handelt von zwei Jugendlichen, die, also es sind so quasi Coming-of-Age-Geschichten, die merken irgendwie, mit ihrer Welt stimmt irgendwas nicht. Und die aus ihrer, aus ihrem Alltag ausbrechen wollen. Die Geschichten sind zunächst einmal voneinander separiert. Da ist einmal die Geschichte um das Mädchen Vela. Vela soll eine große Ehre zuteil werden. Sie soll nämlich geopfert werden für ein Monster. Ihr Dorf wird nämlich regelmäßig von einem Monster angegriffen. Und es gibt quasi so einen Pakt. Statt das Monster zu bekämpfen, was irgendwie sehr blutig wäre, opfert man ihm einfach junge Mädchen. Und dann lässt es das Dorf für ein Jahr in Ruhe. Also, jetzt hat Vela aber verständlicherweise überhaupt gar keine Lust, von einem Monster gefressen zu werden und sich zu opfern. Und kann sich in letzter Sekunde mithilfe des Spielers befreien und sind dann auf Wege, um dieses Monster zur Strecke zu bringen. Die zweite Geschichte geht um den jungen Shay, der sich an Bord eines Raumschiffs befindet und dort eigentlich das einzige Besatzungsmitglied ist. Er wird umsorgt von einem wirklich rührseligen Computer. Der quasi die Mutterrolle für ihn übernommen hat. Aber es entspinnt sich einem täglich immer wieder gleicher, eine immer wieder gleiche Routine ohne Aufregung, ohne Gefahr, ohne Sinn. Bis plötzlich eines Tages etwas passiert, was ihm die Möglichkeit gibt, aus dieser Routine auszubrechen. Also ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte insgesamt weitergeht. Und insbesondere dann zum Abschluss kommt in dem zweiten Teil. Wie ich finde, es ist ein sehr gutes Spiel geworden. Und man kann das jetzt auch schon kaufen. Also wer damals das Kickstarter-Projekt unterstützt hat, der hat nicht nur gegebenenfalls so ein T-Shirt und so ein Poster bekommen, sondern auch das Spiel bereits zum Download. Man kann es bei Steam erwerben. Und wer es noch nicht hat, kann ich sehr empfehlen. Und wer jetzt das Spiel, wer jetzt den ersten Akt erwirbt, bekommt später auch den zweiten Akt gleich mit dazu. Ja, eine kurze Erklärung. Warum ist es so aufgeteilt? Na ja, denen ist das Geld ausgegangen. Das heißt, die haben jetzt den ersten Akt veröffentlicht. Und von den Verkäufen, also an die, die nicht eh das Projekt, das Kickstarter-Projekt unterstützt hatten, soll dann der zweite Teil finanziert werden. Also bitte, 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 wenn ihr das Spiel nicht, wenn ihr diese Kampagne nicht unterstützt habt und ihr mögt Adventures, kauft euch Broken Age, damit dann auch tatsächlich wirklich der zweite Teil kommen kann. Es lohnt sich, wie ich finde. Die Rätsel sind zwar nicht so komplex, wie es bei früheren Adventures der Fall war oder sind nicht so schwer, aber das finde ich eigentlich gut, denn viele Rätsel in der Vergangenheit waren eigentlich, also zumindest nach meinem Dafürhalten, schwer, weil sie unlogisch waren. Und das sind sie hier tatsächlich nicht. Neben einer großartigen Grafik, einer Zeichentrick-Grafik, die schön animiert ist, neben einem sehr schönen Soundtrack von einem Live-Orchester eingespielt und der guten Story und den wirklich logischen Rätseln, alles passt zusammen. Also unbedingt bei Broken Age einmal hereinschauen. Broken Age ist allerdings nicht das einzige Adventure, was neu über Kickstarter finanziert wurde, denn bei Kickstarter, also in einer von Kickstarter finanzierten Entwicklung befindet sich gerade ein sogenanntes Space Venture. Das Space Venture ist von den Two Guys von Andromeda, die ursprünglich bei Sierra, der anderen großen Adventure-Schmiede der Vergangenheit, die Serie Space Quest gemacht haben, also ein Sanct-Fiction-Adventure. Jetzt haben die leider nicht die Rechte an dem Namen Space Quest, deswegen heißt es einfach Space Venture und es geht nicht um den Roger Wilco, so wie er bei Space Quest aufgetreten war, Roger Wilco, der Janitor, was ist das auf Deutsch? Der Hausmeister. Sondern in dem Space Venture, da geht es um Ace Hardway, ein Handwerker, der mit seinem Roboterhund Abenteuer erlebt. Das Spiel ist irgendwie, es geht etwas langsamer voran, aber das, was man bisher sehen kann, sieht auch schon ganz nett aus. Auch da bin ich gespannt darauf und wenn das erscheint, dann werde ich dazu sicher auch noch mal ein bisschen was erzählen. Und noch etwas für Sierra-Fans. Ein Kickstarter-Projekt, was tatsächlich auch schon erschienen ist, ist ein Remake von Leisure Suit Larry. Das hier ist die Komplettparkung von den ursprünglichen Larry-Spielen. Wer irgend sowas wie diese Larry Love ist, oder wie hieß das mit Magna Cum Laude, diese fürchterlichen zwei Spiele, die da noch vor ein paar Jahren erschienen sind, bitte total vergessen. Die ursprünglichen Larry-Spiele waren coole, sexy Point-and-Click-Adventures, beziehungsweise angefangen hat sogar mit Pasa. Und von Replay Games ist jetzt ein Kickstarter-finanziertes Projekt schon vor einiger Zeit erschienen, nämlich ein Remake von Leisure Suit Larry 1. Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. Interessanterweise ist dieses Spiel, ich glaube, das am meisten neu in überarbeiteten Versionen veröffentlichte Spiel überhaupt. Denn mit Leisure Larry hat es angefangen, schon, ich glaube 1980 war das, mit dem Text Adventure Soft Porn, das von dem Larry-Vater, Al Lowe, dann Mitte der 80er als Grafik-Adventure neu herausgegeben wurde. Also die ursprüngliche Geschichte stammt gar nicht von Al Lowe selber, aber er hat sie massiv erweitert. Der Hauptcharakter hatte einen Namen gegeben, Leisure Larry. Und es gab dann noch ein, also nach diesem ersten Remake von Text zu EGA, gab es dann später noch ein VGA-Remake, was dann die Point-and-Click-Steuerung eingeführt hat. Und jetzt gibt es eben neues Remake in HD mit Zeichentrick-Grafik, mit erweiterter Story, mit zusätzlichen Frauen. Ein paar Sachen sind anders als in den Originalfassungen. Und es orientiert sich teilweise an dem EGA-Spiel, teilweise an dem VGA-Spiel. Also wer da, wer früher Larry mochte, kann hier gerne zugreifen und auch dieses alte Spiel nochmal neu erleben. Weitere Larry-Teile waren mal irgendwie angedacht. Ob die kommen, ist allerdings ein bisschen fraglich, denn der Chef von Replay Games scheint irgendwie ein sehr eigenartiges Geschäftsgebaren zu haben, zumindest was man da so liest. Al Lowe hat inzwischen den Vertrag, den er hatte, dort nicht verlängert. Und naja, mal schauen, wie es da weitergeht. Aber der erste Teil ist auf jeden Fall sehr cool. Also, wenn ihr Adventure-Fans seid, könnt ihr unbedingt in Broken Age reinschauen. Ihr könnt euch das Larry-Remake holen und hofft mit mir zusammen auf ein spannendes Space-Venture. Aber nicht nur durch Kickstarter-Kampagnen werden alte Adventure-Marken am Leben erhalten. Auch viele Fans beteiligen sich aktiv daran, um ihr geliebtes Adventure weiterzuentwickeln, um Fortsetzungen oder Remakes zu machen. Ein sehr ungewöhnliches Adventure für die damalige Zeit war Loom von LucasArts. Loom hat Point & Click eigentlich für damalige Verhältnisse bis auf die Spitze getrieben, denn anders als bei anderen LucasArts-Adventures gab es keine Werbleiste oder sowas, sondern man hat das Spiel eigentlich nur mit magischen Melodien gesteuert. Loom war für damalige Verhältnisse vergleichsweise einfach. Es war eigentlich mehr ein interaktiver Film, den man gespielt hat. Gab es dann auch in der VGA-Version, auch mit Spar-Ausgabe. Es gab auch eine Version mit CD-Audio-Tracks und ein sehr, wie gesagt, ein sehr ungewöhnliches, aber ein sehr schönes Adventure, wie ich finde. Es war ursprünglich eine Fortsetzung angedacht, nämlich Forge sollte die namensgebende Schmiede, die auch im ursprünglichen Loom in dem Spiel auftaucht, beinhalten und den einen Charakter, auf den Bobbin Threadbear, der Hauptcharakter von Loom, trifft, nämlich Rusty Nailbender. Um den sollte es gehen, aber das Spiel ist dann irgendwann eingestellt worden, weil der, also es heißt, der ursprüngliche Autor hat kein Interesse daran gehabt, das weiterzuführen. Andere sagen, vielleicht hat sich Loom nicht gut genug verkauft. Wir wissen es nicht so genau. Aber das hat Fans nicht davon abgehalten, selbst dieses Spiel zu entwickeln. Und so ist vor kurzem das erste Kapitel von Forge erschienen, in einer Optik, die sich an Loom annähert, mit sehr schönen Low-Ress-Grafiken, VGA-Grafiken, mit sehr schönen Animationen, sehr schönen Bildern, guter Musik. Und es erzählt die Geschichte weiter, hakt sich ein in die Loom-Geschichte und ist wirklich quasi ein interaktiver Film. Mit ein paar Rätseln. Es gibt auch wieder eine coole Steuerungsmethode. Das war auch tatsächlich für Forge angedacht. Diesmal keine Melodien, sondern Muster, die man mit besonderen magischen Handschuhen zeichnet. Also sehr zu empfehlen. Wer Loom mochte, sollte sich das unbedingt anschauen. Und wie gesagt, kann man, ist von Fans, also man kann es kostenlos herunterladen. Gilt generell für diese ganzen Fan-Adventures, da die Fans ja da eigentlich keine Rechte dran haben und das Ganze ein bisschen rechtlicher Grauzone ist, dürfen die da kein Geld mitverdienen. Und damit gibt es das für alle anderen Fans zum kostenlosen Download. Von Forge ist bisher nur das erste Kapitel erschienen. Weitere sind in der Mache, aber auch im ersten Kapitel kann man schon eine ganze schöne Zeit spielen. Ein anderes bekanntes Adventure oder eine Adventure-Reihe, die viele Fans hat, ist Bethlehemats Fluch oder im Original Broken Sword. Das ist Bethlehemats Fluch 2. Ein klassisches Grafik-Adventure, was dann fortgeführt wurde mit Bethlehemats Fluch 3, was dann mehr in 3D-Richtung ging, mit üblen Kistenrätseln und nicht so wahnsinnig gut angekommen ist. Im Moment ist ein fünfter Teil in der Entwicklung, der wieder mehr in die ursprüngliche Richtung geht. Und in diese Richtung sind vor ein paar Jahren auch schon Fans gegangen mit Bethlehemats Fluch 2.5. Der Name sagt es eigentlich schon. Es schließt an Bethlehemats Fluch 2 an und nicht an den dritten Teil, der damals schon erschienen war. Also klassisches Grafik-Adventure, auch voll vertont. Und auf Deutsch ist von Mindfactory, noch eine kurze Ergänzung, Forge war von der Gruppe Quillow the Wisp und Bethlehemats Fluch 2 ist von Mindfactory ein klassisches Bethlehemats Fluch mit den Originalcharakteren, sogar mit dem Original-Sprecher von dem Hauptcharakter George Stobbard und erlebt dort neue Abenteuer, zum Teil in bekannten Kulissen, die man aus vorhergegangenen Spielen schon kennt. Und er erfährt, dass seine Freundin, Niki heißt sie, glaube ich, dass die angeblich gestorben ist, kommt nach Paris und muss feststellen, nein, Fehlalarm, sie lebt, aber sie will irgendwie von ihm nichts mehr wissen. Und alles ist irgendwie sehr merkwürdig. Er versucht dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, ob das mit den ominösen Tempelrittern was zu tun hat. Schaut rein, dann werdet ihr es erfahren. Es ist anders als Forge mehr klassisches Adventure, also mit vielen Rätseln. Also unbedingt mal herunterladen und reinschauen, insbesondere wenn ihr Fans von Bethlehemats Fluch seid, dann könnt ihr hier nichts verkehrt machen. Ein anderes, sehr bekanntes, altes Adventure, was in der Zeit danach wenig gewürdigt wurde, ist Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Und der namensgebende Zack ist ein Boulevardreporter, der den ganzen Tag absolut unmögliche Geschichten schreibt, bis er eines Tages herausfindet, dass Aliens auf der Erde gelandet sind und die Menschen mit Signalen aus Telefonleitungen verdummen wollen, um sie zu versklaven. Und gut, das klingt jetzt so unglaublich, dass nach den ganzen anderen Blödsinn-Geschichten, die er geschrieben hat, ihm das keiner mehr glaubt. Und er muss dann mit Unterstützung ein paar weniger, die ihm dann doch glauben, die Welt retten. Zack McCracken haben sich viele Fans lange eine Fortsetzung gewünscht. Es kam aber keine offizielle, anders als bei Manek Mansion oder Monkey Island zum Beispiel. Und so haben sie dann irgendwann selbst, sind sie zur Tat geschritten und nach vielen Jahren Entwicklungszeit erschien dann Zack McCracken Between Time and Space, in dem auch die Aliens aus dem ersten Teil wieder auftauchen. Und auch das in sehr schöner, hochauflösender Grafik, also nicht in Full HD, aber in höherauflösender Grafik, voll vertont in Deutsch, mit coolen Animationen. Also auch hier, wenn ihr Fans von Zack McCracken seid, schaut unbedingt rein. Großartige Abenteuer zum freien Download. So, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, auch mal so ein Adventure selber zu machen, sei es eine Fan-Fortsetzung, ein Fan-Remake oder eine ganz eigene Geschichte, ihr traut euch das aber nicht zu, weil wo da anfangen, wie machen wir das, Programmieren, Hilfe, kompliziert, dann nicht verzagen, denn es gibt viele coole Engines, so nennt man das, mit denen man Adventure selber machen kann, also vorgefertigte Programme, in denen man Adventures selber kreieren kann, ohne dass man wirklich alles selber programmieren muss. Man kann da ein bisschen unterstützen, programmieren, aber vieles funktioniert tatsächlich in so einem Art Baukasten, ohne dass man alles programmieren muss. Und da gibt es ein paar sehr bekannte, es gibt viel mehr, aber ich stelle mal exemplarisch drei Stück vor, mit das, die Engine mit, glaube ich, der größten Community ist das Adventure Game Studio, gibt es schon seit Ende der 90er Jahre und mit dem Adventure Game Studio kann man eigene Adventures schreiben, klassische Adventures Schwerpunkt in den Adventures, die damit kreiert werden, sind wirklich Adventures, die zurückgehen auf Anfang der 90er, niedrige Auflösung mit Steuerungen wie bei Sierra damals oder auch bei LucasArts und da gibt es wirklich Tonnen von freien Adventures, die damit gemacht wurden. Es ist relativ einfach zugänglich, man kann, es gibt auch ein Demo-Spiel mit dabei direkt, was man, wo man ein bisschen mal ausprobieren kann, man kann eigene Sprites hinzufügen, man kann eigene Skripte programmieren, also was soll passieren, wenn bestimmte Gegenstände miteinander kombiniert werden und es gibt ganz viele Leute, die einem da helfen können, reinzukommen und ein großes Problem für Leute, die ein Adventure machen wollen, ist, dass man dafür viel Grafiken und Animationen braucht, um Leuten, die jetzt wenig künstlerisches Talent haben und auch keinen Grafiker zur Hand haben, trotzdem die Möglichkeit zu geben, da einzutauchen, gibt es zwei coole Projekte, die Spiele, die da rauskommen, sind qualitativ höchst unterschiedlich, aber es soll ja gerade helfen, für Neueinsteiger da reinzukommen, zum einen ist das Reality on the Norm, ist über, ist auch schon seit Anfang der 2000er, ist in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen, aber da sind auch an die 100 Spiele erschienen und man kann viele Grafiken und Animationen aus den schon erschienenen Spielen einfach runterladen und in seinen eigenen Spielen verwenden, die dann dort in dieser Stadt Reality on the Norm spielen und man darf auch alles, was in vorangegangenen Spielen oder viele zumindest, was da schon etabliert wurde, an Charakteren einfach so verwenden und mit relativ wenig Aufwand dann sein eigenes Spiel machen. Das Ganze ist hauptsächlich auf Englisch. In Deutschland gibt es ein verwandtes Projekt, das ist die Maniac Mansion Mania und das sind alles Spiele, die in dem Universum des klassischen LucasArts Adventures Maniac Mansion spielen und dort geht es weniger, also meistens zumindest weniger um die Addisons mit dem namensgebenden Tollhaus, sondern um die Jugendlichen, oft geht es schwerpunktmäßig um Bernhard, die eben in dieses Haus in dem Originalspiel gekommen sind. Auch da gibt es jede Menge Assets, also Grafiken und Animationen zum Runterladen und wenn ihr da einfach mal so ausprobieren wollt, dann könnt ihr das direkt verwenden. Nicht nur freie Adventures sind damit erschienen, sondern es gibt auch kommerzielle Adventures, die mit dem AGS gemacht sind. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele Großbekannte, aber ein Beispiel ist zum Beispiel El Ammo, nee, Al Emo, Entschuldigung, Al Emo, das Wild West Adventure, hat schöne Grafiken, genau, mit dem AGS sind unter anderem auch erschienen Fan Remakes von King's Quest und so weiter, also man kann da wirklich in kommerzieller Qualität Spiele machen. eine zweite Engine, die in Deutschland etwas verbreiteter ist, ist Visionaire. Visionaire ist ursprünglich zusammen mit Zack McCracken Between Time and Space entstanden und auch Visionaire ist sehr schön zugänglich und anders als bei den aktuellen Versionen von AGS muss man da gar nicht programmieren, denn man kann mit, wenn man sich so ein bisschen darauf eingestellt hat, relativ intuitiven Menüs Befehle und Bedingungen hinzufügen, man kann auch da einzelne Animationsphasen importieren und wie ich finde, eine sehr angenehme Art, um Adventures zu schreiben. Es ist sehr auf Adventures tatsächlich fokussiert. Es ist ein sehr übersichtlicher Editor und ich kann es nur empfehlen, wenn ihr Adventures schreiben wollt, ohne zu viel zu programmieren tatsächlich, also Code zu schreiben, dann werft unbedingt auch mal einen Blick auf den Visionaire und Visionaire wird tatsächlich in bekannteren kommerziellen Spielen eingesetzt, nämlich die Firma Daedalic Entertainment, die bekannt ist von Spielen wie Edna bricht aus, Harveys neue Augen oder der Deponia Trilogie. Diese Spiele sind alle mit Visionaire entstanden, also wir werden sehen, es gibt tatsächlich hochqualitative Adventures, die mit Visionaire entstanden sind, also auch da, werft mal einen Blick rein. Die Community ist nicht ganz so groß wie bei AGS, aber im Prinzip kann man natürlich von den Grafiken, die es für diese AGS-Spiele gibt, was ich eben erwähnt habe, die kann man natürlich auch in Visionaire importieren und da verwenden. Eine dritte Engine, die ich noch mal kurz ansprechen möchte, ist Wintermute. Auch Wintermute ist eine Engine, mit der man eigene Adventures machen kann und Wintermute hat die Besonderheit, dass sie optimiert ist auf höhere Auflösung und es gibt auch die Möglichkeit, 3D-Hauptfiguren einzusetzen, also quasi ein 2.5D-Adventure. Die Hintergründe sind nach wie vor zweidimensional, aber man kann dreidimensionale Figuren dort einsetzen. Jetzt habe ich persönlich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mich da einzuarbeiten. Also es ist weit weniger intuitiv als AGS und Visionaire. Es sind allerdings auch damit kommerzielle Spiele erschienen, wie zum Beispiel Die Kunst des Mordens. Aber wie gesagt, ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Wenn ihr mehr hochauflösende Sachen machen wollt und insbesondere, wenn ihr 3D-Figuren einsetzen wollt, dann würde ich euch aber trotzdem empfehlen, werft mal einen Blick drauf, vielleicht kommt ihr eher besser damit zurecht als ich. So, also, es gibt viele großartige Möglichkeiten, um selbst Adventures zu erstellen, mit nicht so wahnsinnig großem Aufwand, also zumindest nicht, als würde man alles selber machen. Und an der Stelle möchte ich einen kleinen Wettbewerb machen. Wenn ihr Interesse habt, das auch mal auszuprobieren, wenn ihr Adventure-Fans seid, dann gebe ich euch jetzt folgende Aufgabe. Sucht euch einen der von mir vorgestellten Engines heraus. Ihr könnt auch gern irgendein anderer Engine nehmen. Ihr habt noch andere, wie Sludge zum Beispiel. Nehmt euch ein solcher Engine, malt selber ein paar Grafiken oder sucht euch Grafiken, die frei verfügbar sind, irgendwo heraus und schreibt ein kleines Einraum-Adventure. Also, mindestens ein Raum, eine Location, in der sich das Adventure abspielt. Klassische Einraum-Adventures sind ein Charakter, es taucht irgendwo in einem Raum auf, ist eingesperrt und muss Rätsel lösen, um da wieder herauszukommen. Schreibt doch einfach mal so ein Adventure, probiert es einfach mal aus, es ist wirklich nicht so schwer und postet dann das Spiel, was ihr gemacht habt, zum Download in, als Kommentar hier zu diesem Video. Ich gebe euch mal Zeit bis Ende März und die drei besten Spiele, wo habe ich es, wo habe ich es? Einen Moment. So, die drei besten Spiele-Einsendungen, die hier zum freien Download in die Kommentare verlinkt werden, denen schicke ich je eine Version Bethlehemats Fluch 2.5 und St. McCracken Between Time and Space in DVD-Hülle mit Cover, mit Inlay, mit bedruckter DVD, allen drum und dran. Insbesondere schön für Adventure-Fans, die sowas gerne auch im Regal stehen haben und natürlich gewinnt ihr die Erfahrung, das Ganze zu machen und ich werde natürlich alle Spiele, die ihr macht und die ihr hier verlinkt, werde ich vorstellen und werde ich der ganzen Welt zeigen und mal durchspielen. Also, wenn ihr Interesse an Adventures habt, versucht euch doch einfach mal daran, auch selber ein Adventure zu schreiben. Macht ein kleines Adventure, ist wirklich nicht so wahnsinnig viel Aufwand, postet es hier und ich bin schon ganz gespannt, was ihr euch alles ausdenken werdet. So, und zum Schluss wird es mal wieder Zeit, einen Blick in das neue Geek-Paket von GetDigital zu werfen. Ich habe euch ja schon mal erwähnt von dem coolen Abo, was man bei GetDigital abschließen kann. Dann kriegt man einmal im Monat ein Geek-Nerd-T-Shirt und ein Gadget und da wollen wir doch mal reinschauen, was diesmal dabei war. Es gilt wieder, wer dieses Abo hat und aus irgendeinem Grund immer noch nicht in das Paket reingeschaut hat und sich die Überraschung nicht verderben will, der klickt jetzt einfach mal hier und springt zum Ende und allen anderen, denen zeige ich jetzt mal, was in diesem Paket drin ist. So, da geht es los mit einem Puzzle. 1008 Teile, die Zahl Pi und zwar, jetzt muss ich mal genau gucken. Genau, das ist Pi mit etlichen Nachkommastellen. Kann man zusammen puzzeln und dabei ein paar mehr Nachkommastellen lernen als die, die ich auswendig weiß. ich weiß, 3,14 und dann geht es noch ganz lange weiter. Also, wer Puzzles mag und Interesse hat an der Zahl Pi, ein großartiges Puzzle, 1008 Teile. Ah, ich mal etwas für lange Abende. Und dazu gibt es ein T-Shirt. Ah, ein Insider. Ich erinnere mich noch an den Spruch, wie finde ich die Planeten heraus unseres Sonnensystems. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten, also Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Uranus, Neptun und Pluto. Bis man vor ein paar Jahren irgendwie herausgefunden hat, naja, von der Kategorie Pluto gibt es irgendwie noch andere und wollen wir die Zahl der Planeten im Sonnensystem dauernd erhöhen und dann hat man Pluto abgestuft zu einem sogenannten Kleinplanet. Das heißt, offiziell hat unser Sonnensystem nur noch acht Planeten. Genau, und Pluto ist kein Planet mehr. Das heißt, als ich in eurem Alter war, da war Pluto noch ein Planet. Ja, oder auch nicht. Kommt drauf an, wie alt ihr natürlich seid. So, das war's diesmal mit den virtuellen Welten und das war's auch für eine etwas längere Zeit, denn wir machen eine kurze Pause bis Ende März und dann kommen wir zurück mit einem leicht geänderten Konzept. Lasst euch überraschen, wird ein bisschen knackiger, ein bisschen flotter werden und wie das genau wird, müssen wir uns noch überlegen. Auf jeden Fall, Anfang April gibt's dann neue virtuelle Welten. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Ad Astra. So, und was jetzt? Das ist das Poster des Double Fine Adventures, heute bekannt als Broken Age. Diesen süßen Knuddel-Apple, den Mac Lovely, habe ich von der Computermesse Amiga 2001 mitgebracht. Okay. Ah! Das beult ganz schön die Hosentasche aus. ein Poster für das Klötzchen-Spiel Minecraft. Ach du Sch***! Ein Creeper! Nein! Nein! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020